Jo, willkommen Leute zu einer weiteren Runde Craft Attack mit dem Bürgermeister, nicht dem Bürgermeister, mit Sander, Eike zockt und ja das war's eigentlich. Eike, du hast eben gesagt, ich bin der Bürgermeister. Ihr habt Revi vergessen, hallo. Revi ist auch noch da, aber der Hausmeister ist auch da. Ja cool. Ja das fängt doch gut an. Bunga, selbstbewusstes verboten. Scheiße, Mann. So, ich möchte mal ganz kurz auch für meine Zuschauer eben ganz kurz was sagen. Und zwar, ich hab ein bisschen weitergebaut, offscreen, ich werde euch das jetzt ganz mal eben ganz gut zeigen. Und ich werde jetzt öfter Craft Attack machen, weil ganz viele Leute immer sagen, ey Zahnar, macht doch mal mehr Craft Attack, du machst es zu selten. Deswegen mache ich das jetzt öfter. Also jeden Tag. Vielleicht auch zwei Folgen an einem Tag. Und alles was Revi sagt heute in dieser Aufnahme stimmt nicht. Ja. Ich muss doch meinen Bürgermeisterbalkon bauen. Stimmt nicht, da baut sich kein Bürgermeisterbalkon. Es ist nämlich so, Revi wurde beauftragt für den Bürgermeister einen Balkon zu bauen. Richtig. Und das macht er dann irgendwann. So, ihr seht, also ich habe hier so eine kleine Aussichtsplattform gebaut, das finde ich richtig geil, weil hier kann man, das sieht einfach nur episch aus hier. Richtig sexy, sehe ich auch gerade so. Achso, du bist doch gar nicht hier, du Arsch. Ne, das ist richtig. Weiß auch nicht. Sekretär. Ne, ohne Scheiß, lass dich auf sowas nicht ein. Ach Quatsch. Ich bezahle dich in Diamanten und Liebe. Ich muss meinen Leuten auch noch sagen, ich habe ein bisschen am Haus weiter gebaut und ich bin gerade hier an der Treppe. Und ich mache hier einen Minecraft-Aufgang, damit ich nicht mal die Treppe hochgehen muss. Revi darf den Aufgang nicht nutzen. Was machst du dir? Ich weiß auch nicht, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. So viele Leute sind eine aufgeregt. Ne, auf jeden Fall Revi benutzt immer die Treppe, weil der ist fett und der muss abnehmen. Ich bin der Hausmeister, passt zum Revi. Perfekt, dass einfach keiner den Diss mitgekriegt hat. Revi ist der Hausmeister. Hausmeister passt wirklich, beste Leben zu dem. Revi kann immer alles aufräumen. Ja, falls mal jemand auf dem Marktplatz scheißt. Ich bin, nein, ich will, kenne der Knöllchenhorst. Ja, ja, Knöllchenhorst, klar. Revi, 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 Revi. Da liegt Scheiße auf dem Marktplatz, kannst du das mal bitte wegmachen? Ich komme, ich komme, komm. Ich habe jetzt eine Diamantschauplatz wegzumachen. Moment, wo denn? Ja, Kunga hat da gerade hingeschissen, deswegen. Ja, habe ich echt. Ist gar nichts. Keiner lügt den Hausmeister an. Nein, habe ich gelogen? Nö. Wollt mich nicht eingekrackt. Ja, vielleicht wird das ja wieder biologisch abgebaut. Warte, die neue Zahl kommt jetzt da und schlägt dich zusammen. Knüppelbrigade, du wirst sehen. Ach, du bist auch noch in die Richtung Ordnung. Wo bist du, Eike? Ich bin alles. Ich versuche mir gerade Eisen zu holen und so. Ey, du willst dich doch oben über mir hier hinbauen, ne? Ja, genau, da ist schon ein bisschen was, aber äh, noch nichts. Ja, pass auf, dann lass uns doch auch zusammen eine Mine machen. Och, Revi, jetzt übertreibt doch nicht wieder. Jetzt lässt du mich hier stundenlang wegrennen, bis nach Pompeji oder so. Ja, dann lass uns zusammen eine Mine machen, das ist doch geil. Eike, wo hast du überhaupt gebaut, wenn ich fragen darf? Äh, wenn du Zanders Wohnung hast, dann oben drauf. Ach so. Äh, dieser Zander, der versteckt sich hinter einem Lava. Zander, ihr könnt doch meine Mine nutzen, weil die ist direkt unter eurem Haus. Das wär auch sexy. Ah! Ich hab gedacht, ich bin unter der Erde. Ey, Revi, ich glaub, du warst, äh, Zander, ich glaub, du warst da bei meiner Mine, oder? Ja, ich glaub, ich war bei meiner Mine, aber ich will eine eigene Mine bauen. Lauf! Komm, ich komm jetzt zu dir. Du hast da hingekackt. Wo bist du? Bist du bei deiner Buch? Ach, da. Ja, da bist du. Bleib mal stehen. Bist du mich? Ja, 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 ja. Ich bin ICU. Wow, bang! Ich muss den neuen begrüßen. Ich muss den neuen begrüßen. Hallo Eike, willkommen in meiner Stadt. Hallo. Ich bin der Hausmeister. Ja, weiß ich doch. Komm, einmal mit der Schaufel. Nochmal. Lass sie hier reinbauen. Eike, hier, Kartoffeln. Nein, nimm die nicht an! Nimm die nicht an! Nimm die nicht an! Hier, nehmen sie Gold und Myrrhe von mir. Gibt das? Ey, gib mal das Gold! Gib mal das Gold! Nein! Brauchst du? Ich bin der Bürgermeister. Du bist der Hausmeister. Nimm meine Gold und Myrrhe an. Hau ab! Hau ab! Schlag mich ohne Witz. Fall! Ich kann mir richtig vorstellen, wie Revi einfach so richtig aggressiv wird. Komm, ich helfe euch! Nein! Was soll das denn? Oh, Revi, Alter, hör mal auf damit! Alle Stützsäulen sind kacke! Revi, hör doch auf damit! Was? Welche Stützsäulen? Ja, das... Hier bau ich mal ein Bürgermeisterbüro rein. Was ist das denn hier? Ja, Revi, mach dir voll die Faxen. Lass uns einfach... Sollen wir einfach zu dritt Revi schürten? Kann man eigentlich machen. Hä? Dann haben wir seine Diamantrüstung! Dann haben wir seine Diamantrüstung! Ich töte dich! Ich raste aus! Ich raste aus! Nein! Das hier... Das hier ist die... Das ist die Stelle des Volkes! Genau, wir werfen ihn einfach mit Eiern! Nein! Bitte! Du Hausmeister! Du elendige Hausmeister! Hier kann das Volk... Hier kann das Volk mir vorsprechen! Als Bürgermeister! Wir machen dir hier mal ein kleines Volk rein! Du bist so ekelhaft! So raus! Schieß dich alle tot! So! Schieß dich alle tot! Ich hab keine Pfeile mehr! Scheiße! Ihr kriegst doch ein Gehirne! Okay! So, lass mal hier in Höhlen eigentlich! Ja, hier fangen wir einfach an, oder? Ja! Aber lass... Lass... Sollen wir so ne kleine... Sollen wir so nen kleinen Vorraum bauen? Hier unten rein? Ja, Eike! Wär eigentlich ganz cool so, oder? Ja, ne? Eike, ich geb dir ein Begrüßungsgeschenk! Oh mein Gott! Are you serious? Oh mein Gott! Kannst ein bisschen... Kannst ein bisschen schneller meinen! Oh, das ist ja richtig sexy! Eike! Hey, war das meine, Nico? Nein, das war meine! Nein, nein! Die hab ich hier! Die hab ich hier! Eike, wirklich! Eike, ich schwöre dir, nimm meine Kartoffeln! Ich will keine Gegenleistung dafür! Mein Gott! Eike! Eike! Zwölf Stück vom Tante-Rewels-Shop, gesponsert! Wirklich! Zwölf Stück? Ja! Nicht! Muss locker so teuer sein im Tausch! Nein! Oh, das Hühnchen hat sie gegessen! Oh, ja! Du musst das so sehen, Eike! Wenn du das annimmst, ist das als wenn du deine Seele verkaufen würdest! Oh, scheiße! Aber trotzdem, Eike hat das jetzt gar nicht angenommen, sondern das Hühnchen hat das gegessen! Das ist mir egal! Hauptsache ich habe eine gute Tat vollbracht! Hast aber ähnlich! Ja, das hast du ähnlich! Du hast ein Hühnchen... Lustiges! Alles, was ich gerade gemacht habe, ist bei mir eine Zeitrafferaufnahme drin! Echt? Ja! Toll! Dann werden deine Leute wahrscheinlich so einen epileptischen Anfall kriegen! Was machst du hier? Ich mach mir gerade Sticks und Fackeln und so! Ja, fragst du vielleicht vorher? Baby, ich hau dir gleich ein! Okay! Bitte nicht hauen! Okay, okay, halt! Oh mein Gott! Habt ihr gestern die Oscar-Verleihen geguckt? Ja, ich habe ein Selfie mit Brad Pitt gemacht! Ja, habe ich auch! Wer gesagt, bist du nicht der Bürgermeister? Dann habe ich ein Selfie mit ihm gemacht! Ich habe nicht geguckt! Wir hätten einen bekommen! Du bist der Hausmeister! Ich bin nicht... Hashtag Hausmeister für Revi! Auf jeden Fall! Habt ihr das wieder gemeint? Weißt, ich wollte mich politisch einsetzen für euch! Ja, kannst du doch als Hausmeister! Ich... Als Hausmeister kann ich in den Hof kehren, du blöder Penner! Ja, ist doch super! Reicht für dich dick aus! Dann kannst du dich politisch einsetzen! Stell mal vor, der König oder die Königin... Sag mal, die Königin von England kommen, ne? Und du... Und du... Und du lässt den Weg dreckig! Dann kommt die nicht, äh... Hier in unsere Welt rein! Ja! Weil die sich dann denkt so, oh ne... Die kommt eh schon nicht rein, weil Revi drauf ist! Und damit hast du politischen Einfluss! Denn... Die Königin kann dann... Ich hab grad nicht zugehört! Meine Mutter wollte mir gebackenen Kammbert geben, aber ich hab aufgesagt... Kambert? Kam, Kam... Kam, den Bert heißt das. Aha, ja! Den Kambert, alter! Kambert? Der... Die Einzige... Die Einzige korrekte Müntigkeit! Kambert, guck mal! Ah, nein... Das ist doch... Das ist doch scheiße ! Das ist doch sehr ekelig! Ih hieß Margarete... Lalalalala, Ach wie... Wie ging das noch, äh... Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht... Hé, Belovis Burg... Boah, ich... Ich guck mir das mal an, äh... Möchtest du Diamanten haben, Eike? Ich hab viele. Sie hatte rotes Haar und gelbe Zähne. Sie roch nach Bazaar und nach Hyäne. Ich traf sie in der Bar in Leverkusen. Und mir war sofort klar, ich will die Milch aus ihrem Busen. Sie war 44. Okay, so weiter geht's. Rewi singt das in meinem Bus. Ja, glaub ich auch. Rewi hab ich auch letztes in der Straßenbahn gesehen. Denkt er nicht wieder irgendwelche Lügen aus, Xander? Ist auch so. Kleingeld. Halt deine Schnauze. Kleingeld. So redest du nicht mit dem Bürgermeister. Ja, nee, mit dem Bürgermeister würde man so nicht reden. Nee, das stimmt, da hast du recht, Rewi. Letztens hab ich echt so einen Park in Bremen beim Bahnhof, hab ich dem 1,50 gegeben. Boah, ohne Scheiß. Bei mir, wir sind letztens mit dem Zug gefahren aus Köln und dann saß einfach so ein Typ neben mir und der hat mir einfach dann was erzählt von wegen Aliens und Invasion und kein Mann, der war total besoffen. Da meinte der, dass ich das unterstützen würde, weil ich ihm kein Geld geben wollte. Ja, genau. Ich hab ihm einfach nur gesagt, ich sag, Junge, ohne Scheiß, wenn jeder Typ, der hier ankommen würde und Geld von mir wollen würde, vor allen Dingen in Köln, wo die ganzen Leute rumrennen, da, ey, da wär ich arm. Das stimmt. Ja, vor allem, Alter, was macht der denn? Macht der irgendwie Research gegen Aliens und so ein Kram, dass der da irgendwie was abwenden könnte? Keine Ahnung, nein. Der meinte einfach, der hat mir einfach so eine Geschichte erzählt, dass es voll wichtig ist, zusammenzuhalten, weil sonst die Aliens kommen und so eine Scheiße, Alter. Da hab ich klargekommen. Die Geschichte war cool. Bullshit. Da hab ich bestimmt den Independence Day 2 rausdrehen können, aber... Ja, wahrscheinlich. Wunderbar, vielleicht hatte der auch irgendwie so eine Idee. Ja, locker, oder? Ich meine, das war wahrscheinlich nur seine Anzahlung für das Projekt, so. Boah, Alter, meine Minecraft-Schach, der klappt gerade so. Okay, der klappt nicht. Was? Kung, hat mir eine Soundnachricht bei WhatsApp geschrieben? Ja, es hat mir heute Morgen eine geschrieben. Bin gerade am Kacken und lach dabei. Okay, das mach ich in der Tringelton. Immer mal herrschlingelt. Dude, ich bin gerade am Kacken und lach dabei. What the fuck. Ich hab gedacht, ich kann dir trauen. Ja, ich weiß nicht, ich hab das doch heute noch gar nicht angehört. Achso, eh, du Bisser. Hab ich nicht. Der Bürgermeister schwört auf sein Recht. Besser als die Sprachnachrichten von Tom, Alter. Boah, die kann man nicht noch warten. Der will seinen geilen... Guck mal, mach die noch mal an. Ey, die hab ich nicht mehr. Hast du nicht mehr? Stell dir mal vor, Alter, irgendwer durchsucht mein Handy mal. Hä? Wer, wer springt hier was rum? Lol, ich hab einfach gar kein Ton an. Und jetzt hab ich... Das ist doch nicht gut. Ist da was explodiert bei dir? Ey, lol, ich hab Ton an, aber irgendwie hör ich keinen Ton. Ja, ein Creeper ist explodiert. Echt? Oh, schweiß ich unterstützt das. Was? Ungarn. Hab ich nicht gesagt. Hast du wohl gesagt, ich hab das gehört. Das war Reh, die Sounddatei. Achso. Mann, mein System will nicht ganz funktionieren. So, jetzt. Welches System? Du hast gar kein System. Doch, voll das Gute. Was für ein System? Hast du noch Powerrails? Ja. Powerrails... Die geb ich dir aber nicht, weil mein System funktioniert ja nicht. Ey, Junge, wer hat dir zwei verschiedene Schienen gegeben? Ich bin für Streit in der Community. Ich bin dafür da. Community. Ich finde, für sowas sollten wir mal einen Bürgermeister einführen. Ja. Ja, ist das so. Schade, dass wirklich keiner hier so Potenzial hat. Hausmeister haben wir ja schon. Hausmeister haben wir ja schon vergeben. Hausmeister haben wir schon. Ist schade, weil Reh wie hätte... Nein, jetzt hört doch mal auf, ganz ehrlich. Nein, ich meine das jetzt ernst. Ich würde mich später wirklich gerne dafür aufstellen. Ich habe auch wirklich von dem Team gegeben. Ja, aber... Du würdest dich dafür aufstellen, aber Reh, für dich will keiner kandidieren. Ja. Keiner, keiner wählen. Keiner nur plädieren. Ihr werdet sehen. Du musst einen sehen, du bist ein Loser. Find ich. Ich werde sehen. Ich werde sehen. Du Architekt, hier ist da am Vorbau rum und ich mache hier die Annalen. Ich... Alter. Hm? Weil irgendwie... Hast du dir jetzt mal gar nicht zugehört? Ich arbeite am Vorbau rum und du gehst in die Annalen. Ja, macht so Sinn, oder? Das ist so ein bisschen... Okay. It's okay. Boah, ich will doch den Kammwert haben, den meine Mutter mir angeboten hat. Der riecht, riecht gut. Wann sind die hier? Hier, welche Tiefe so? Sander, ich hab glaube ich nicht mehr viel, wie viel brauchst du denn? Ah, 13, das ist gut. Ich brauch im Grunde, ja keine Ahnung, für meine Strecke halt, die ich dann unter Indisch auch angeboten habe. Ich habe jetzt noch eine. Ja, das ist nicht viel. Ich hab mir da... Ja, Kurate-Analyse. Du hast so eine, dass du so eine hast. Ja, ich muss die grad verbrauchen, ich kann ja aber neu craften. Ja, ich hab halt kein Gold, das war... Ich hab Gold. Ich hab noch kein Gold. Ja, pass auf, ich mach dir einfach welche. Ey, lass mal... Lass mal in der nächsten Folge irgendwas bei Early Ball machen. Moment, ich hab noch eine... Zander, ich muss gleich noch zu dir kommen, ja? Ah, Silberfische! Echt? Oh, Hurensöhner. Der lebt noch! Da unten ist ein Dungeon. Ja, er lebt noch. Ja, muss da wirklich ein Dungeon sein? Ich glaub schon. Er lebt noch. Nein, muss nicht. Die können doch mal einfach random sein. Und zwar nur in einem Dingensbiom, in so einem Gebirgebiom. Diese Schweine, oh mein Gott. Was ist denn passiert? So, Zander, warte, ich komm jetzt. Ja, die waren auf einmal da und dann sind sie da rausgerissen. Ich hab noch was für dich. Komm mal bitte her, schau mal bitte. Ich hab echt Angst, du wirst sagst. Nico, hier, hallo. Krassend, da riecht sich an, dass ich keinen Ton habe, Alter. Warum hab ich keinen Ton? Nico, hier, guck das bitte an. Ja, ich guck mich das an. Ähm, was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Komm, Vieh, komm, Sa. Jetzt kann ich ja mal nachgucken, was sie sagen. Äh, komm, Sie, komm, Sa. Wir singen, Schalalala, komm, Sie, komm, Sa. Schalalala, Schalalala. Ey, wie alt, du Behinderte. Zander, wo bist du? Ich hab auch noch was für dich. Ja, HSV ist irgendwie doof. Was hast du? Wo bist du? Ich bin unten in der Höhle. Ich will keine Geschenke von dir annehmen, wofür ich irgendwas wieder zurückzeigen muss. Dann da hier, bitte schön. Was ist das? Nimm das, Herrich. Ist gar nicht mehr heiß. Das ist ein Blatt Papier, du Arsch. Kannst du haben. Ja, guck mal, wie das heißt, das Blatt Papier. Hast du gesehen, wie das heißt, Zander? Nöllchen für böse. Das ist jetzt Bußgeld. Du kannst es an mich überweisen. Wie, wie, wie ein Knöllchen das? Ich mach mir jetzt einfach eine Bürgermeisterurkunde. So, ihr könnt mich hier mal ansprechen. Hier, Zander, Zander. Die wird aber nicht staatlich an der Kante sein. Ich hab das Knöllchen weggeschmissen. Arschloch. Das ist mir egal. Das ist Zander. Das ist ein Elementarfall. Warte. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Nee, Rebi, ohne Scheiße. Nee, wenn ich mir da so eine Mühe... Nee, wenn ich mir da so eine Mühe gebe. Hör auf zu lachen dabei. Ohne Scheiße, ich kann mich gar nicht ernst nehmen, Rebi. Wie lange wollt ihr die Folge machen? Bisschen noch. Kanal, wie lange geht die Folge denn? 15 Minuten schon. Oh. Oh. Okay, ich würd sagen, dann beenden wir die Folge. Aber erst mal ein bisschen chillen, ja? Kleinen Moment, bitte. Warum? Was willst du machen? Nein! Ich würd die... Wir beenden jetzt sofort die Folge. Okay. Das hat alles Gründe und Ursachen. Ich möchte nicht, dass Rebi sich irgendeine Urkunde fälscht. Ich mach dir jetzt trotzdem. Das ist Scheiße, sowas. Ich bin der Bürgermeister. Also da, Leute. Wir müssen die Folge spenden. Ich sage Tschüss und die anderen sagen auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und Rebi ist nicht der Bürgermeister. Tschö. Auf Wiedersehen.